Hey, ich bin Dina, ich bin die Redakteurin von der neuen Serie Clicknet, die im Herbst bei Funk zu sehen sein wird. Ich bin hier in Hamburg-Altona in so einer alten Ladehalle oder sowas, das ist so eine alte Fabrik. Und das hier ist das Studio, das die Produzenten da gebaut haben, also komplett aus Holz, die einzelnen Seiten. Und da drin, in diesem Studio, ist der Keller, in dem zwei berühmte YouTuber gefangen gehalten werden. Wir können da jetzt mal reingucken. Manu, haben wir gefickt? Was auch immer das hier war, das war definitiv ein Fehler. Lass mich hier raus! Wir kommen hier nicht raus! Das Studio sieht hier so aus, wie es aussieht, weil es eben von Entführer eingerichtet wurde, um da diese beiden YouTuber, die sich getrennt haben, aber lange zusammen waren, in dem so ein liebes Nest zu bereiten. Das ist schon so schön spooky. Hallo, ihr lieben Engels. Was freut euch denn gar nicht, euch wiederzusehen? Und jetzt tanzt. Wir müssen hier raus. Warum zur Hölle macht ihr das? Es gab keinen Grund auszurasten! Er ist ein Kind. Was willst du von uns? Ihr sollt euch lieben! Ihr sollt euch wieder fair lieben! Also doch ficken. Mann, Polly! Genau, in der Serie geht es eben um Manu und Polly Engel, die Engels, die als Paar auf YouTube Mega-Fame waren und die haben sich getrennt. Und YouTube Deutschland ist ziemlich traurig drüber und viele andere auch. Unter anderem der Entführer findet das nicht so super und deswegen hat er die beiden entführt und sie hier zusammengesteckt. Mein Vater ist noch fünf Wochen auf Aroba. Wir haben alle Zeit der Welt. So, und jetzt spielen wir ein kleines Spiel.